Ja, an sich ähnlich wie die Sprünge gestern und vorgestern. Ich bin einfach etwas freier gesprungen als im ersten, da war vielleicht noch ein bisschen Nervosität dabei und ist mir halt ein Fehler missglückt. Und das habe ich jetzt im zweiten besser gemacht und ja, was am Ende rauskommt, sehen wir gleich. Es heißt Down und Roll.